so und damit dann hallo und herzlich willkommen wieder zurück und naja wir haben ja letztes mal so ein bisschen probleme gehabt naja wir wussten jetzt noch nicht so ganz wo wir hin sollen hier und da ist immer irgendwas los gewesen ach ja stimmt hier war ja ach ja der steht ja da ich könnte den da vorne mit dem messerblatt machen wo ich hüpfe da lang wir hüpfen mal hier lang würde ich sagen okay hier sieht sich uh was ist das denn ach dieser säuretrank genau ja ja doch 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 ich erinnere mich okay da hinten muss ich hin ich muss eigentlich nur darüber dahinten hin und dann sprechen da hinten wieder raufklettern gut sollte jetzt eigentlich gar nicht so schwer sein die eventuell er muss eigentlich nur hier rüber hüpfen darunter und dann da hinten lang auf der anderen seite das sollte möglich sein mal sie einer an das hat doch wohl schon mal wunderbar geklappt sorge ich mal speichern das hat echt krass dass es immer auch irgendwie einen anderen weg gibt ist auch ganz gut so das ist jetzt eher nicht so gut das hier so einer lang tingelt das macht das ganze nur unnötig kompliziert alles was den muss ich dann irgendwie platt machen ja komm da los da scheinen die größere runde zu laufen ja gut dann warten wir lieber bevor dann wir jetzt praktisch raus rennen und er dann gleich wieder kommt hm ok da kommt er wieder ok ja sieht so aus ob wir dann wirklich viel zeit haben scheiße hier sind einige mhm der lehnt da dran und guckt genau hierher ist das nicht Und ich kann da leider nicht hoch. Da ist Lebensenergie. Ich muss da hinten hin. Na gut, ich könnte mich tarnen. Ich tarn mich, laufe dann da rechts lang. Ich kann ihn halt leider nicht platt machen. Das wäre so super. Oh, oh, das war knapp, würde ich sagen. Mhm. Krass. Ich speichere mal ganz schnell in der Hoffnung. Dass ich das vergiften kann, ohne dass was passiert. Okay, ich denke, hier sollten wir sicher sein vor allen Blicken. Da hinten ist auch noch ein Trank, ne? Hier sind einige Tränke anscheinend. Sehr gut. Ach, da hinten ist auch noch einer. Ach, als ob es nicht genug wären. Es sind so viele. Das ist echt so. Na ja, geht erst was lassen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Läuft er danach hier rein, oder? Ach Mist, er läuft jetzt da hin. Okay, da läuft jetzt nur rum, patrouilliert. Ah, okay, ja, guckt in die Kisten. Clever. So, den kurz entsorgt. Okay, hier sind es zum Glück keiner weiter. Ja, bei dem muss ich noch platt machen. Dann kann ich hier ganz entspannt lang. Ach so, jetzt zigtausend Mal hin und her laschen. War ja klar, ne? Und, schwäch damit. So, okay. Das heißt, den anderen schaffe ich jetzt auch noch weg. Vorsicht selber. Ja, sicher, sicher. Okay, dann holen wir uns den Trank da hinten. Warte, jetzt mal das Licht aus. So, Lebensenergie. Wunderbärchenhaft. Ja, das kann man lösen. Das wäre natürlich auch nicht schlecht, ne? Irgendwas bewirkt ist garantiert. Aber aktuell brauchen wir das noch nicht. Also von daher ist das egal. Hofmesser, sehr schön. Ideal, dann haben wir es gut aufgefrischt alles. Den ganzen Vorrat. Gut, einen Goldharztrank wäre jetzt vielleicht noch nicht schlecht gewesen. Aber eh, ist auch nicht so dramatisch. Okay, das ist ein besser. Ja, wir müssen gleich hier hoch, ne? Warum denn da hochlatschen? Ach ja, da sehe ich ihn schon. Den Hoshi. Oh! Nein! Er lebt noch? Bariman asked to talk to me. No, that was 10 years ago, my old friend. Can you stand up? Oh dear. I'm in pain. I'm in terrible pain. I'm bleeding. Manfred? Ja, ich bin hier. Ja, ich bin hier. Ich kenne einen Mannfred sehr gut. Ich kenne einen Mannfred sehr gut. Ich kenne einen Charmier. Aber er ist tot, glaube ich. Er hat sich tot. Er hat sich tot. Er hat sich tot. Er hat sich tot. Schöpfer, ist es, nicht, nicht, zu rememberen, wie gerade die Menschen sterben. Wer weiß. Es wäre besser. Es wäre besser. Es wäre sehr gut, als ein Souvenir. Ohne, wie. Ihr seht, mein Gehirn ist... Ja, ja. Es ist unhinged. Sorry. The one who looks like you, he asked me how to reach the heart of the tree. He was nasty. I didn't have any choice. The spy system I built for Barryman. One of these air ducts leads to the World Tree? Yes, of course. Barryman needs to listen to what's happening there. So then was it the secret that Styx hoped for. I don't even remember Manfred's face. It's strange memory, isn't it? We would like to choose the memories that remain and those that disappear. Who cares? Since I shall now join him. Goodbye, my friend. Maybe we'll meet again in another life. Don't life. That would be nice. Farewell, Quirberus. Say hello to Manfred for me. Quirberus. Poor old fuck. Maybe your life wasn't so bad. Repeating the same experiment day after day in your stinking lap. Never knowing why or who for. Of course you're better off helping me. Haven't I always said that? No. Not you again. Leave me alone, Styx. Shut the fuck up. I forbid you to speak in my head. It's terrible, isn't it? Imagine how I feel. Suffering more than two centuries. Listen to that. All the nonsense that passes through the world. Oh, fuck. Warum sind die denn hier? I can't take it. But I've come to put an end to this ordeal. And I will owe a part of my victory to you. I admit it. Shut up. I don't belong to you. You hear me? Of course you do. You carry my mark. Oh, and by the way, thank you for finally extracting the information I've been looking for from the skull of that old half-wit Quirberus. Hmm. Almost lost my patience. Okay. Krass. Er kann halt noch alles mitkriegen, was wir halt so machen, ne? Hmm. Ist echt ein Nachteil. Fuck you, Styx. I'll have your skin. I swear it. Focus on my voice. Don't listen to Styx. Come to me. Focus. Ah, now it's the fucking elf. Come on. Anybody can just wander into my skull and have a shit? I'm not gonna be able to take this much longer. Makes you wanna bang your head against a brick wall. Have courage. I am waiting for you. Das ist nett. Ob ich es wohl darüber schaffe? Ich glaube nicht, ne? Ja, ich glaube echt nicht, dass wir das darüber schaffen. Das ist zu weit. So, ich muss das dann hier lösen im richtigen Moment. Hoffen wir, dass der mich jetzt nicht sieht. Aber eigentlich sind wir getarnt. Ja, ein paar Dezimieren wäre, glaube ich, nicht schlecht, ne? Mal gucken, wer latscht denn hier wohl an? Und down ist er. Ich könnte versuchen... Ich überlege gerade, ob wir versuchen, den Typen platz zu machen. Oder ob ich versuche, den Typen abzukürzen irgendwie. Einfach ist es nicht. Puh, das war knapp. Fuck. Mist, ja. Dadurch, dass er daneben gesprungen ist, war das jetzt echt nicht so der Vorteil, ne? Hä? Gute Frage. Naja, wir machen morgen weiter, würde ich sagen. In diesem Sinne, bis dahin, euer MrZocker.